Hallo meine lieben Zuschauer, das Neuwochenhoroskop steht für euch jetzt wieder zur Verfügung und zwar vom 14.11. bis zum 20.11. Und natürlich, wie immer, als erstes der Spruch der Woche. Merkur vollführt mächtige geistige Sprünge. Man kann einen Seelenpartner treffen und zum Schluss noch eine tolle zukunftsträchtige Verbindung. Unsere Sonne, meine lieben Zuschauer und Leser, bildet nun in dieser Woche gleich am Montag, dem 14.11. um 14.47 Uhr wieder eine oppositionelle Spannung zu unserem Gefühlsanzeiger Mond im gemütlichen und sinnlichen Stier. Das heißt, wir haben Vollmond. Ziel ist es nun, mehr zu genießen und die zerfleischende Natur der Skorpionqualität zurückzuhalten. Das verursacht natürlich wieder innere Verunsicherung, auch in Fragen des Besitzes und des Geldes. Es sind einfach ein paar Spannungen vorhanden. Vom Dienstag bis Mittwoch in der Nacht zum 16.11. reagieren flatterhafte Unruhegefühle das Geschehen. Am 17.11. und 18.11. kann es uns schnell mal eine Laus über die Leber laufen und die Gefühle können aus dem Ruder geraten mit der Krebsenergie. Entspannung zu Pluto, dem Wanderer im Steinbock. Da kann die Seele mächtigen Zwängen ausgesetzt sein und am Wochenende, 19. und 20.11. dann ist Sonnenschein gemüt. Nun schauen wir mal, wie sich das mit den anderen Planetenkräften in dieser Woche verträgt. Der Merkur, unser Denker und Planer im freiheitsliebenden, weltoffenen und hochgeistigen Schützen, wird in der gesamten Woche von Mars, dem Energielieferanten, im spirituellen, technisch und versierten, gemeinschaftsorientierten Wassermann ständig mit neuen Ideen und hochfliegenden Vorstellungen gepusht. Am Montag und Dienstag, dem 15.11. sind die Impulse noch im Rahmen. Ab Mittwoch dann, dem 16.11. wird es zunehmend unrealistischer mit der starken Spannung zu Neptun, dem Verschleierer, der in den Fischen, unserem Träumer, hier steht. Es können jetzt mächtige Blütengebilde im Kopf kreiert werden. Am besten lassen sie sich natürlich in einem Roman und durch andere künstlerische Tätigkeiten verarbeiten. Zur Umsetzung fehlt jedoch im Moment eher der Realitätsbezug. Es können keine klaren Ziele erkannt werden und die Fantasien schwirren jetzt in alle Richtungen. Das lädt natürlich dann auch dazu ein, richtig aus dem Ruder zu kommen, selber. Wichtig ist, nicht vollständig den Boden unter den Füßen zu verlieren, aber hier spielen natürlich auch immer die persönlichen Horoskopdaten eine sehr wichtige Rolle. Wer da jetzt wieder genauere Informationen wünscht, der kann das ganz einfach wieder bei mir unter www.berbel-reup.com slash kostenlose minus beratung slash erfahren. Venus, unser Liebesplanet im Steinbock, steht unabhängig von Merkurs Geistesverrenkung und sie bestrahlt unseren Seelen-Tieft-Tauchen-Neptun positiv. Und auch unser Schicksalspunkt Mondknoten in der Jungfrau ist dazu positiv platziert. Mit Venus, Neptun und Mondknoten geht es gut strukturiert, organisiert, finanziell durchkalkuliert ans Werk unter dem Motto der Jungfrau Dienen, Helfen und Heilen. Und das Ganze ist sehr zielgerichtet. Es sind damit keine schnellen Erfolge vorprogrammiert, aber dafür ein stetig schrittweise Vorankommen angezeigt. Im persönlichen Bereich und natürlich für alle geschäftlichen Aktivitäten stehen hier jetzt gute Aussichten auf Wachstum und auch mit sicheren Ergebnissen an. Mit Neptun in bester Position dazu ist die Intuition ordentlich geschärft. Man kann zur richtigen Zeit am richtigen Ort genau die richtigen Dinge in die Wege leiten durch eine Art innere Führung. Man muss natürlich dafür auch offen sein. Wichtig ist es also, da der Meikor ja generell für geistige Blüten momentan steht in dieser Zeit. Und das macht im Endeffekt ja auch großen Spaß, wenn man sich jetzt nicht auf die vollständige Umsetzung programmiert, dass es jetzt unbedingt sein muss. Neptun und Venus in bester Position führen uns mit Menschen zusammen, die uns seelisch sehr nah sein können. Und man ist geneigt zu glauben, dass hier der Seelenpartner vor einem steht. Das ist dann vielleicht doch nicht ganz so, wie es scheint, aber es bleibt unbedingt angenehm, es belebt unwahrscheinlich und es regt auch die künstlerischen Tätigkeiten und das ganze künstlerische Schaffen sehr an. Jupiter, unser Glücksplanet und freiheitsliebender Philosoph, steht weiter im Clinch mit Pluto, dem machtvollen Wanderer im Steinbock. Die Behörden und Einrichtungen können hier mit den Ansichten und Vorstellungen von Jupiter keine Einigung finden. Und Pluto ist natürlich in dieser Position auch sehr machtvoll und unbeirrbar. Aber wir haben ja auch noch die ehrenhafte Verbindung zwischen Jupiter und Saturn, unserem Hüter und Begrenzer im Schützen. Es kann auf hohem geistigem Niveau verhandelt werden, mit dem Ziel, allen gerecht werden zu können. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber mit diesem Aspekt herrscht eine Atmosphäre der würdevollen gegenseitigen Achtheit. So ab dem Wochenende bekommt Jupiter dann noch Unterstützung von unserem Denker Merkur durch seine unkonventionellen Ideen. Es zeichnen sich damit Lösungsansätze ab, die einem zuvor kaum in den Sinn gekommen wären. Das betrifft sowohl den privaten als auch den gesamtgesellschaftlichen Bereich. Ab Samstag dann in der späten Stunde beginnt eine sehr interessante Aspektierung zwischen unserem Hüter und Begrenzer Saturn und unserem Revolutionär Ohrens im Widder. Wie können jetzt revolutionäre Schwingungen mit dem Bewahrer in Einklang kommen? Es funktioniert gut mit dieser besten Position zueinander im gegenseitigen Einvernehmen. Hohe spirituelle Kräfte durch Menschen mit diesen Hintergründen vermitteln die Ansätze und die Zeichen der Zeit zum strukturierten Wandel. Und es entsteht eine Neugestaltung der Gesellschaft auf wesentlich höherem Niveau als zuvor. Das Ganze geht zugunsten naturwissenschaftlicher und universeller Gesetze des Zusammenlebens. Diese Verbindung begleitet uns ab sofort für die nächsten sechs Monate. Es kommt damit eine tolle Entwicklung in Gang. Das sind natürlich sehr, sehr schöne Aussichten und damit beende ich hier nun auch meine Ausführungen für diese Woche. Und ich wünsche euch natürlich gute, inspirierende Gedanken und schöne, liebevolle Erfahrungen. Wie immer könnt ihr natürlich eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite anfordern. Meine Kontaktdaten sind wie immer auch bei mir auf meiner Webseite zu finden. Und ich freue mich super über eure Kommentare, Feedbacks auf meinen sozialen Seiten in den Netzwerken und natürlich auf meiner Webseite. Seid wieder ganz herzlich von mir. Begrüßt alles Liebe von mir, Barbe Boy, eure Astrologin. Und nun Tschüss, bis zur kommenden Woche.